Ich habe hier Kugeln drin, ja? Die tun ganz schön weh, Jungs. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Achsenmächte. Okay. Ausgetrocknet, oder was? Nö, wie? Achsenmächte. Anno-Kiste. Fand ich glaube ich, der komplett... Oh, shit! Was sind denn die anderen Teile? Ah, da habe ich auch noch Brandmunition drauf. Hammer. Oh, Schrotflindel. Ach Gott, kann ich hier auch nochmal abholen? Oh, das ist ja geil. Warte mal, hier geht's hoch. Ah! Ich glaube, Moment... Nee, ich muss die Treppe hoch. Ganz hier rum. Jetzt bin ich auch im Fahrstuhl, shit. Ach, okay... So, bitte, 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 bitte. Dann ist das gleich volles Wagen, ja? Nein, aber das darf ja schon sein. Ich muss die Angenommenen machen, bitte. Bin ich zu denen. was fehlt denn jetzt noch das hier und das rad komme ich da jetzt nicht dran irgendwie doch da ok einen noch dann kann ich den aufzug bewegen da gucke ich mal ich glaube ganz unten das gehört da komme ich schon die denken freies blickfeld nach oben auch scheiße ich muss irgendwie dadurch kommen das rad wo ist das rad jetzt dass ich noch brauche hier unten da hinten guck doch guck mal doch ganz oben da muss ich hin da komm schon komm schon shit wie komme ich denn da unten hin doch nicht aber ich glaube die idee die war richtig die ich da jetzt hatte das ist jetzt über mir passt mal auf ich hole den jetzt nur eins runter ne ich komme nicht an du musst dir jetzt nichts damit zu tun komm runter so ich muss jetzt ganz hoch ich vermute mal dass ich da rein springen muss an die wand Fynn so so jetzt haben wir es ding ding Schmeiß mal die Schaue ab. Fäng. Jawoll. Natürlich. Was denkst du dann? Ist das jetzt wieder ganz runter, oder was? Okay. Hey, ist da jemand? Mach nur Scheiß drauf, ey. Warte, mach ich mal. Sehr schön. Oh, da haben wir noch was. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier so gespannt, was man finde. Vor allem, wenn ich mal gerne wisse, was hier. Rückenschädel. Sind nur ab und an nur ein paar Wachen da, haben wir nicht. Ich bin schon ein bisschen unang. Das stimmt was Fieses. Eklische Zombies. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Das Puff von der Sonnenkönigin. Tempel sieht aber echt scheiße aus. Muss ich mal gerade so sagen. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Zeppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Das Schwert hat es hingepackt. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Scheiße, ich muss sofort hier raus. Was? Was? Hä? Ich bin der Mann! Da ist Bruder! Ich komme und hole dich! Das ist doch gar böse Prügel!